Ich finde die Unterstützung von Unternehmern ist eine sehr effiziente Form von Entwicklungszusammenarbeit. Bei BPN ist das Besondere, dass sie nicht nur in Form von Geld unterstützen, sondern sie fördern die Unternehmer, indem sie mithelfen ihre Betriebe aufzubauen, durch Coaching, Beratung, durch Kursen und auch durch Vernetzung. Ich habe eine Unternehmerpatenschaft von BPN übernommen in Kirgisien. Ich konnte die Gelegenheit wahrnehmen, das Land zu besuchen und auch die Unternehmung zu besuchen, die wir unterstützen. Ich konnte feststellen, das Geld kommt an und wird wirksam eingesetzt.